Moin Moin Gehtester, wir sind für euch auf der Jagd und Hund und ich sitze hier mit der lieben Lara und wir wollen heute über Jagdhunde und noch genauer Welpen sprechen. Vielleicht stellst du dich erstmal einmal vor. Ja, mein Name ist Lara Köster. Ich bin Hundetrainerin, gezielt für Jagdhundeausbildung, aktive Jägerin, Falknerin und anerkannte JGAV-Richterin und jage in einem 1400 Hektar großen Niederwildrevier, wo wir auch hauptsächlich mit der Jagdhundeausbildung aktiv sein können. Ja, cool. Ich freue mich, dass du heute hier wirst. Ja, sehr gerne. Weil die meisten Jäger wissen ja, wenn man einen eigenen Hund hat und mit ihm zusammen jagen geht, das gibt es nichts Schöneres. Aber so ein Hund ist natürlich auch eine große Verantwortung und wenn man sich den anschafft, muss man auch wissen, worauf man sich einlässt. Darum soll es aber heute gar nicht genau gehen, sondern wir wollen uns darüber unterhalten, dass, wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, dass man einen Jagdhund haben möchte oder einen Welpen, wie man dann den richtigen Hund findet und worauf man achten muss. Und ja, Lara, wie ist das denn? Wie finde ich den richtigen Hund für mich als Jäger? Ja, also zuerst einmal würde ich so ein bisschen mich umschauen oder mir Gedanken machen, was für ein Revier habe ich. Jage ich im Hochwildrevier, jage ich im Niederwildrevier und mir dementsprechend schon mal die anerkannten Jagdhunderassen mal ein bisschen aussondieren und genauer anschauen. Letztendlich möchte ich da gar nicht reinreden, du musst dir jetzt diese Hunderasse anschaffen, Theresa. Aber natürlich sollte man ein bisschen gucken, okay, was passt zu meinen jagdlichen Möglichkeiten auch dazu. Und für viele Jungjäger ist es dann auch manchmal ein bisschen schwierig, weil sie sich gerne den Jagdhund schon anschaffen wollen und aber die Jagdgelegenheiten immer noch nicht so ganz da sind. Und dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, da sich schon so gezielt festzulegen von Anfang an. Ja, das stimmt natürlich. Da kann man sich dann vielleicht auch noch Hartschläge von anderen Jägern holen oder aus Büchern. Man kennt bestimmt ja auch noch ein paar Hunde, die so um einen drumherum sind und sieht da, was einem irgendwie gefällt und passt. Und wenn ich mich dann für eine Rasse entschieden habe, wie finde ich denn den richtigen Welpen und den richtigen Züchter für mich? Also ich würde immer als erstes über die Zuchtvereine gehen, direkt über den JGAV oder die J-Zuchtvereine mir angucken. Die haben alle Online-Internetseiten, wo man sich einsuchen kann oder auch über den Zuchtwart mal einfach mal anrufen, fragen, wo liegt aktuell ein Wurf? Was können sie mir dazu sagen, was vielleicht auch irgendwie in der Nähe ist? Das würde ich mir immer so ein bisschen vorbehalten, weil es einfach schön ist, die Welpen bei ihrer Aufzucht selbst begleiten zu können und auch da mal aktiv hinzufahren und zu gucken, was da vor sich geht, wenn ich mir einen Hund anschaffe. Ich fand es auch total schön, nachher noch den Kontakt zum Züchter zu halten, weil ich habe jetzt auch gerade eine dreijährige Hündin und die haben wir leider relativ weit weg hergeholt. Und ich habe dann immer gesehen, wie die Wurfgeschwister quasi noch Kontakt zu dem Züchter hatten, mit dem sie sich getroffen haben und geübt haben. Und das war für mich irgendwie nicht möglich, weil das so weit war. Und da habe ich jetzt auch für den nächsten Hund gesagt, der muss irgendwie näher dran sein, weil ich möchte da auch irgendwie mir ein paar Tipps abholen, nochmal den Kontakt halten. Das ist natürlich auch immer nicht ganz einfach, wenn man irgendwie sagt, okay, der Züchter soll es werden oder nur die haben im Moment einen Wurf. Also ich denke auch immer, mal ein bisschen zu warten schadet auch nicht, um sich da den richtigen Dampf rauszusuchen. Das muss ja nicht immer Hals über Kopf entschieden werden. Ja, das stimmt. Und wenn ich mir dann einen Züchter ausgesucht habe und mir da die Welpen angucken fahre, worauf muss ich dann achten? Also wie erkenne ich, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht, ob die Hunde vielleicht auch schon im Welpenalter gefördert werden? Gibt es da irgendwie so Kriterien? Also zuerst einmal würde ich natürlich einfach so ein bisschen auf die tierschutzrechtlichen Hintergründe achten, wobei wenn ihr einen anerkannten Züchter euch sucht, der auch über einen Zuchtverein Hunde mit Papieren verkauft, die dem VDH angeschlossen sind und dem FCI angeschlossen sind, muss das immer seine Richtigkeit oder sollte seine Richtigkeit haben, sodass da natürlich auch alle tierschutzrechtlichen Maßnahmen eingehalten werden. Ich würde dann einfach, für mich ist immer ganz persönlich wichtig, diese örtliche Nähe als auch dann die Sauberkeit beim Züchter und ja, so ein bisschen natürlich auch diese, wo leben die Welpen? Werden die drinnen, draußen, wie ist die Mutter drauf? Ich gucke mir die Mutterhündin an. Es ist natürlich immer schwierig, den Vater zu beurteilen. Der ist häufig nicht da, weil man mit seiner Deckhündin zum Rüden hinfährt. Aber man sollte sich wirklich die Zeit nehmen, sich mit dem Züchter auch auseinanderzusetzen, sich hinzusetzen, sein Urteil anzuhören. Der hat die Welpen schließlich den ganzen Tag um sich und der kann das mit auch zusätzlich gut entscheiden. Also sagst du auch, wenn du dann beim Züchter bist, dass der im besten Fall auch die Empfehlung geben kann, welcher Welpe der richtige für den? Genau, also wir wollen ja aktive Jagdhunde haben, die agil sind, die wesensfest sind und der Züchter hat natürlich täglich ein Auge da drauf. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch ein bisschen schauen, okay, wie verhält sich da ein Welpe? Ist der schreckhaft? Ja, zeigt sich irgendwie sehr unsicher? Ja, das kann man schon sehen, aber ansonsten sind die ganzen Jagdhunderassen ja in der Regel sehr robust. Ja, das stimmt. Da haben lange Wege hingezüchtet, dass wir über die Zuchten, über die Genetik das hinbekommen haben, dass unsere Jagdhunde heutzutage so sind, wie sie sind. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit immer vom Züchter und beim Züchter, nach welchem Züchter, wo ich finde ich meinen Hund und wenn ich den Züchter besuche. Wie ist das denn? Also es gibt ja Züchter, die mit Papieren und ohne Papiere züchten. Wie ist da der Unterschied? Worauf muss ich achten? Ja, also genau, man sollte vielleicht darauf achten, habe ich einen Hund mit Papieren oder also einen Züchter, der mir anerkannte Papiere für meinen Hund aussieht. Es gibt auch Züchter, die stellen Papiere aus, nur die sind gar nicht dem VDH oder dem FCI anerkannt. Und da sollte man einfach gezielt drauf schauen, weil je nachdem, kann ich überhaupt Prüfungen machen mit meinem Hund. In dem Moment, wo ich einen Hund habe, der keinerlei Papiere hat oder halt nicht anerkannte Papiere hat, kann ich nur, sagen wir mal, ein Tödelchen, eine Brauchbarkeit machen. Der Hund kann dadurch versichert sein, kann mit zur Jagd gehen, ja. Aber der Hund mit den Papieren hat natürlich deutlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich kann mir offen halten, ob ich mit diesem Hund nachher weiter züchten kann. Man kommt ja dann doch von einem zum nächsten. Ich kann mir, ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten, alle Themenbereiche abzuarbeiten und meinen Hund in allen Bereichen durchprüfen zu lassen und habe da einfach dann auch keine Schwierigkeiten, dass es ein anerkannter Jagdhund ist. Ja, ich fand auch immer, die Prüfungen waren eigentlich ein ganz netter Anreiz. Also klar, man trainiert mit dem Hund und übt mit dem und auch, wenn man die Brauchbarkeit macht, muss man natürlich auch mit dem Hund üben. Aber gerade, wenn man dann noch irgendwie so die Prüfungstermine hatte und genaue Voraussetzungen, was man erfüllen muss, hatte man immer so ein Ziel, worauf man hintrainiert. Also mir hat das irgendwie auch so ein bisschen geholfen, immer so am Ball zu bleiben. Genau, man wächst dann ja so mit seinem Hund, sag ich mal. Und das eine mit den Papieren ist dieses Prüfungswesen und das andere sind aber auch diese gesundheitlichen Hintergründe. Über die Jahrzehnte hat sich die Genetik ja über die Zucht weiterentwickelt. Also ja, weiterentwickelt und man hat natürlich versucht, Krankheiten rauszusondieren, die wir nicht haben wollen, um aus diesen Rassen das zu machen, was sie heute sind. Ja, die Hunde werden bei der Jagd natürlich auch stark beansprucht. Also das sieht man ja auch, wenn so ein Hund mal wirklich jahrelang aktiv gejagt hat, die sind ja dann auch teilweise wirklich beansprucht. Und wenn man dann noch darüber nachdenken würde, dass da so eine genetische Komponente noch mit reinkommt und der Hund vielleicht sogar eh schon benachteiligt ist, dadurch, dass er irgendwie vielleicht die falsche Hüfte hat oder Probleme mit dem Rücken oder so, da tut man dem Hund ja auch einfach keinen Gefallen. Also wenn ich mit meinem Hund nachher aktiv jage, darf ich halt nicht vergessen, das ist ein Hochleistungssportler, den ich da durchbringen muss durch die Jagden und manchmal auch zwei, drei Tage hintereinander, wie das mittlerweile so stattfindet. Und da ist es einfach von Notwendigkeit, dass wir gesunde Hunde haben, mit denen wir haben. Und ob da jetzt ein Härchen krumm steht, sag ich mal, ist mir persönlich auch egal. Er muss das gesundheitlich durchschaffen können. Ja, cool. Ja, ich glaube, dann haben wir das ganze Thema eigentlich schon ganz gut abgearbeitet, also darauf man achten muss, wie man seinen Hund findet. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendeinen Tipp gerade an der Hand hast? Nö, ne? Vielen, vielen Dank. Ansonsten würde ich mich einfach nur ganz herzlich bedanken. Sehr gerne. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die ganz sicher in die Kommentare schreiben, dann versuchen wir oder Lara natürlich auch noch zu helfen. Ihr könnt Lara auch auf Instagram folgen, die gibt auch immer ganz viele Tipps zur Hundeausbildung. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020